So, let's go like a gentleman, hallo und herzlich willkommen hier zurück Zu, hä? Ah ja ja, genau, zu The Walking Dead Und, boah, so Jetzt müssen wir wieder Na rechts gehen, ne? Genau Jetzt müssen wir wieder zu dem super tollen Kerl zurück Und ich wette, mein psychologischer Sinn sagt mir Dass ich jetzt irgendwie beim Versuch, diesen Schlüssel zu kriegen Oder diesen Code oder was auch immer, diese Kassette Dass ich dabei erwischt werde von dieser komischen schwarzen Gestalt von letztem Mal Und dann kommt, ähm, diese Molly, heißt die Molly? Ne, 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 oder? Halt diese Frau mit ihrer Spitzhacke Diese Minecraft-Suchtlerin, oh scheiße Oh scheiße, irgendwie hab ich kein gutes Gefühl bei der Sache Ne, ne Ne, 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 irgendwie, irgendwie Ah, ha, 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 irgendwie ist mir das sehr ungeheuer Heilige Kackig! Naja, ist jetzt nicht ganz das, was ich erwartet hab, aber Aber okay Wow! Schaut Kinder, das tötet Fernsehen tötet Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ihr jetzt denkt Oder wie manche Eltern denken Nein, so tötet Oh nein Kriecher Stampfen Zombie Und durchsuchen Leiche eines Arztes Und wir werden finden Nichts Oh Oh Ja, natürlich Sie denken Oh Nein Wisst ihr, was wir gefunden haben? Aha Ich weiß, was wir gefunden haben Die Kombination dieses komischen Blub Gut Ich muss halt mein Ding zurücknehmen, dass wir Gefangen genommen werden von den Zombies Yeah, Logan! Oh mein Gott Und Oh Yes! Wir können nicht mehr versagen Wir können nicht mehr versagen Nicht heute Nein, und ich auch nicht morgen Und Aber die leben schon noch, oder? Ja, ja Gut, 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 gut Ich habe zwei mehr Tapes Einer von ihnen ist auf Oktober 10 Das ist der Tag, nach dem ersten, den wir sehen Jippie Auf geht's Dann schauen wir mal Blub Blub Oink, oink Ich dachte, ich hätte keine Wahl Oh 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 Nein Nein Das sind echt voll die bösen Leute Nein Nein Psssss Ah, ist das gut Und? Heilige Was? Nein 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 Und das wird jetzt ein Zombie Der steht jetzt auf und wird ein Zombie Ich wusste es Ich wusste es Witzig Warum weinst sie? Was hast du? Christa, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts Das war einfach schwer zu sehen Wie bitte? Nein Witzig Ich bin gut Okay Okay Gut Von mir aus Aber jetzt wissen wir wenigstens Was den Leuten passiert ist Ein Doktor Ein ganzes Dorf Kommt nicht gegen eins Von mir klar Sicher Gut Sehr schön Okay Ja dann Zieh dich doch Achso Ja gut Dann gucke ich es mal Allein Dann ist mir doch egal Dann schauen wir mal Was auf dem Schmuckstück Drauf ist Schauen wir mal Schauen wir mal Band 3 Ansehen Sicher gucken wir es jetzt an Ey Ich bin doch nicht bescheuert Und Wie bitte Hä Was Das ist Molly Das ist Molly Nein Well shit Well shit Oh My Oh mein Gott Warte Kann man ansehen Nein Nein Ich will es nicht anschauen Nein Oh Gott Ich hab gedacht Man kann was auf der Kassette sehen Nein 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 Okay Okay Gut Also Wir erinnern die Sünde jetzt mal kurz Damit das die Zeit überbrücken Es geht jetzt darum Das Haben die beiden jetzt Äh Gehabt Na Ihr wisst was ich meine Dass sie Für ihre Schwester In die Kamente kriegt Boah Ist das ein dreister Sack Das ist ja ein dreister Sack Kein Wunder Dass die so ein bisschen Angefressen in Crawford ist Kein Wunder Ey 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 Ist ja übel Ja ja kein Wunder Ne Dass die jetzt so richtig Nies drauf ist Das ist ja Kein Wunder Das ist ja echt Kein Wunder Welch auch Ausnutzen Und dann noch Boah Boah Ich sag's euch Ne Das geht ja an Herz und Niere Dieses Spiel Schau mir nicht so an Li 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 Moment mal Die Zombies Die Zombies Wir rufen mal hoch Ah wir können immer nicht hoch gehen oder Superman Kräfte Ne Okay rufen wir noch mal hoch Vielleicht ist Wer weiß Vielleicht ist sie ja da Was macht sie verdammt Gut Hey Ich hab eine Besichtigungstour gemacht Achso Cool Oh Oh Wie bitte Was Ich bin einfach 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 Wollen wir Ich könnte Vielleicht schwören Dass sie die Batterie Ausgetauscht hat Und uns eine Beschissene gegeben hat Das ist ja ihre Schwester Ich weiß Dass du aus Crawford Stoppst Oh 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 Das stimmt Nein Wollen wir nicht Ah ist das mies Und dann Ah Sportel Tss Ne Das tut weh Oh mein Gott Tss Ach Gott Ne Das ist doch Echt Alles voller Tragischen Geschichten Nein Shit Mein Beileid Och Mir egal Ich wollte es Okay Es ist okay Ich verstehe Es ist schön Was Die Ich denke Das ist unsere Rekord Um die Hölle Aus Hier Oh oh Ist das jetzt Oh Das ist nicht gut Irgendwas ist nicht gut Irgendwas ist da nicht gut Irgendwas ist da gar nicht gut Irgendwie trau ich da Sachen nicht Oh Guck mal wie Heilige Verfickte Scheiße Ehe 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 Moment mal Das kenne ich doch Irgendwo her Nein Ist das Das ist echt doch Ein Retard Das ist doch Also Nein Der Typ Wir müssen Ah Alter Nein Nein Shit Ich hab nicht getroffen Was Ich was Oh mein Gott Ist ja übel Ist ja übel Ja Alles Alles Oh oh Nein Mann Halt die Klappe Nein 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 Wieso Wieso Jetzt Oh 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 Ich will gar nicht hinschauen Ich will gar nicht Hinschauen Ich will echt nicht hinschauen Ey wie ich schon draußen bin Oh fuck Oh Du kannst ihm später den Arsch erzählen Ja Oh Gott das muss Au Au Ja Irgendwie nicht Wir regeln das später Ja Erstmal hier raus Leute Ja 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 Und er gefährdet allgemein die Gruppe Oh Clementine Doch natürlich Los sag schnell Okay We don't care Oh nein Nein Ich enthalte mich auch Ich enthalte Ja Oh schau mich noch böse an Oh meine Fresse Okay okay gut Oh mein Gott Wirklich Das ist alles Scheiße ey Nein Wir müssen Wir müssen uns Immer 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 Wir müssen immer Wir müssen es immer machen Scheißegal Tausend Zombies und uns her Wir müssen irgendwie Uns rum kümmern Dass dieser Spar Ne Jetzt ist schon wieder eine tot Ja Und wer ist dran schuld Ben 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 So Super Ah Eppi Und Tür zu Ah Ah ist das cool Ah ist das cool Cool Dankeschön Oh ja Oh ja Ich will schießen Ich will schießen Oh ja Oh ja Okay dann halt nicht Verwende S-Taste Und 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 Tja Stirbt doch alle nur Ihr seid doch alle tot Oh shit Oh shit Oh shit Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh shit Los los Runter 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 Okay 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 Runter 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 Los Los Willst du mich verarschen Okay jetzt runter 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 Schau runter Mein Gott Wirklich Lille Nicht der richtige Zeitpunkt No Heilige Scheiße Gut jetzt wird es echt Stressig Oh 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 Yeah Hey 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 Ja das ist mein Mann Das ist mein Lieb So Los Los Hey Kleine Boah Geben wir seinen Weg hier raus Hier geht's aufs Dach Ja Ja Wieso Okay Hört sich gut an Los Go 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 Und ich sag's euch Wenn Ben nochmal irgendwas falsch macht Wenn er nur noch eine Sache falsch macht Was Warum Und ich muss mir jetzt entscheiden ob ich ihn zurücklasse Nein doch nicht Oh shit Tja Lass ich ihn fallen oder nicht Das ist jetzt die Frage oder Keine Zeit Keine Zeit Ich muss mich entscheiden Wollen wir wetten Ich muss mich entscheiden Wollen wir wetten Ich muss mich entscheiden Nein Und ich muss mich entscheiden Ich muss mich entscheiden Ich muss mich entscheiden Ich muss mich entscheiden Und das will ich erst in der nächsten Folge machen Weil jetzt muss ich mich erstmal sammeln Super, toll Und bin ich ein böser Mensch Und ich ihn sterben lasse Weil er ist doch echt ein Ich hasse es Und ich bin wieder der Arsch Super, toll Ich meine wir müssen so oder so anscheinend Einen zurücklassen Mein Gott Er ist ja auch an allem schuld Ja gut, das tut jetzt nicht Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal The Walking Dead mit mir dabei seid Mein Name ist Benno und ich sage für heute auf Wiedersehen Tschüss